Guckuck, da ist der wieder Herzlich willkommen bei Jakunder Deadmatch So und das hier was ihr jetzt seht wurde gestern nicht live gestreamt bzw. wird jetzt nicht live gestreamt Wird aufgenommen um den bösen Streamsnipern einen Riegel vorzuschieben So, ja Gucken ob ich überhaupt noch genug Platz habe für das Ding hier Ja sollte reichen So, da würde ich gleich mal das Bein starten und mich wieder zu meinen Spießgesellen hier im Discord begeben So Ich bin wirklich gespannt Achja und Schützt euch vor Corona, bleibt zuhause, ist kein Spaß Das ist Tödlicher Das ist Toternst Das ist es wirklich Guckt nachrechten Das ist kein Joke Leute Kann ich immer noch wieder sagen Ich habe ja extra Video gemacht gestern noch, also heute Ähm So Verwerfen Wir brauchen keine Updates So Dann würde ich mich jetzt mal entmuten Bande Das sind die Bande Hier ist die Bande So Ne Quatsch Da ist die Bande Äh Und den Chief Tag auch Der Esel längst sich immer zuerst Ich habe ihn nicht zuerst genannt Er hat sich als drittes genannt Richtig Ich weiß Jack Heute Einhand Lern mal nicht nur lesen, lern auch mal zählen So Ähm Gothic Deathmatch Können wir mal ran Einhand Einhand, Drei Hand, Vier Hand, Fünf Hand Also diese Leute mit mehr als zwei Händen Oder nee als drei Verbindung unterbrochen Verbindung unterbrochen Was? Machst du jetzt der Sauerschlapp? Wie gesagt, es gibt einen Neustart, meine Fresse, hör zu Ich habe ja zugehört Ich habe ja zugehört Ich wollte nur was belustigendes dazu sagen Entschuldigung Ja, 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 das war nur Scheiße Ja, der Heißfall hat ja eben keine Kinderstube Ich merke schon Lass das Salz regnen Äh, ist das jetzt neue Runde oder was? Nee Nee Neues Corona Mhm Mhm Jeder, der sich lustig macht über Corona, den soll's Platz, Platz zu Ende Achja, bei 99 Uns in Bayern hat es richtig hart erwischt, ey Nie Keine Gruppenbildungen mehr Oooooooh Oooooooh Richtig Was habt ihr Corona Party Süchtigen jetzt davon? Ey, das sind wir gerade Ich meine, Corona ist zwar ein ganz, ein ganz ordentliches Räuchermittel, aber ich habe nie was zu mir genommen Oder wer von euch raucht gern Corona? Jack? Was? Wer raucht? Jack? Du rauchst Corona? Ich rauche überhaupt nicht Ich steh auf Kriegsfuß mit diesem Gelumpe Nigu Ach, ich muss ja, brauche ja die Maus jetzt gar nicht Alter Wie stark wollen denn die Scheiß-Manditen noch werden? Willing-Joint-Teamer hieß es früher immer bei uns Äh, Willing-Team-Jiner, so rum Ach Piraten 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 Ahhhh Ich nicht abfahren You are a pirate Hat die Runde jetzt schon gestartet oder noch nicht? Ja, ab geht's, wow Na, so schlägt sich das Spiel Ich höre so den Eisfail nicht Piraten, nochmal Hier, zum dritten Mal Ich krieg dich noch Ich krieg dich noch Ach du Scheiße Da sind zwei leckige Männer vor mir Ui Bist doch Jo 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 Mach ruhig Okay, danke Bitte Bitte weitermachen Ihr müsst wissen, ich wurde für meine Bitte mal alle aus der Hütte raus Meine Mutter trittst mit Ziegen Hehehe Naja Ja, wenn die Schafe aus sind Tja, Milch ist 5m rau in den Supermärkten Ich glaub das bescheuert ist, warum sollte man Milch horzen? Warum sollte man Klopapier holen? Stirb Ja, das hält sich ja noch, aber Ich musste heute teure Sachsenmilch kaufen, ich glaub's ja wohl Schlimm ist das Ja, auf jeden Fall Ich geh morgen früh wieder einkaufen Ich hoffe, dass morgens halt immer noch was da ist Schief stirbt doch einfach Naja, unsere Großeltern haben uns gewarnt und gewarnt vor solchen Zeiten Niemand wollte es hören Ja, das war früher, heute gibt's alles Ja, 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 ja Jack, du Zicoider Aber die Parallelen müssen euch auffallen In Fallout wird mit Kronkroken gehandelt In Gothic 1 mit Erz Und jetzt ist das Klopapier in unserer echten Welt Wo wird Kronkroken gehandelt? In Fallout Nie gespielt Ah, sorry Das weiß man doch Das sind die Banditen ne Überzahl Ich hab das mal gespielt Aber der Aber ganz dezent Bruh Nur genau ganz dezent Und das Skill-Level von denen ist auch gar nicht irgendwie Over TRO 6.10 Jack, hallo Nifu ist bei uns schon mal anfangen Der Nigu Jo Nigu Mann, wann kommt Oven Der Elven-Penion-Achter kommt heute Hey, ich weiß nicht Bei ihm ja jemand Streamsnipe, da liegt's diesmal nicht an mir Du bist schuld, wie immer Natürlich So stirbt der jetzt auch ein Zweikopplans Jack ist immer schuld, äh, wenn's um Streamsniping geht Jo Jack ist schuld in allem übel Vor allem Damals, als er Der hat mir einen Goblin geklaut Ich Ups Ist das schief, komm Ich weiß noch, wie Jack in den Keller eingebrochen ist Und den alle geflamed haben Kann mir jemand, äh, Koran gebrüßt nicht Kann grad nicht So ein Gejammerweg Nichts, ehrlich Der ist direkt gestorben Vor meiner Fresse Ja, natürlich Vor meiner Fresse Freut er sich Oh shit Freude am Leid der anderen Ja, ja, mach noch weiter so Jetzt komm mal wieder runter, hol mal Luft Wes, wir haben Corona Du kannst doch eh nicht die Luft anhalten beim Lachen Vor meiner Fresse gestorben Wie ist er denn gestorben? Durch im Wohleratz Ein Hit Echt? Ja, weil ich gegen die Goblins gekämpft hab Und der, er, der hat mir die dann weggenommen Richtig Sowas nennt man auch Killstil Hm, sowas nennt man Kameraden Sowas nennt man GG Heutzutage GG, DG, Drecksgame GAS Denen schmutzige Wörter in den Mund Was geht denn? Wir sind alle hier Schief geht's wohan Da ist da so viele Schwarze Nifu will kein Fernkampf gehen Ich übernehme keine Haftung Für irgendwelche rassistischen Aussagen Meine Mitspieler Doch, doch tust du Ab jetzt Tag Anger Grüezi Grüezi Geht hier Jetzt heißt Viecher Ja, kennt mir mal an der Pfeife lutschen euch Geht hier irgendwer schon auf Geht hier irgendwer schon auf Geht hier irgendwer schon auf Euch Gut, dann würde ich das übernehmen Wer ist die? Dann tut das bitte Hier ist Kor Anger Wer hat das gefragt? Kor Anger ist da Der klatscht alle mit der Haarenbrust Seid ihr alle behindert oder was? Ja, Entschuldigung Was willst du eigentlich? Ja, Nizza raus mit die Viecher Du bist ja nicht erwünscht Hau ab Ich geh gerne Alles was ich sagen wird aufgezeichnet Ja Ist auch gut so Tschüss du Dreckskerl Gib den Streamsniper und keine Chance Jack ist gestorben von meiner Fresse Loser Kein Fernkampien für jetzt Das hält er mir jetzt die ganzen nächsten Runden nach Dass ich an dem Mollerrad dort verreckt bin Weil ich keine Bauern mehr hatte Wer ist denn der Mollerrad gestorben ist für den Loser? Okay Ist irgendwer noch da, der nicht im Discord ist? Dandolo Ich nominiere Schief Ach ne, der ist da Der hatte vorhin so Lordstock gelacht Ist Snove da? Ne Ach, kein Asp Okay Braucht noch zwei Viecher Zwei Viecher Ja, nicht unbedingt noch ein Goblin Natürlich geht drin Nizza erstmal rüber Jetzt ist der Oster Gigabandit Boah, ein Affe F ab, ein Affe Du, das ist noch voll unbalanced jetzt hier Genau Mensch Ist egal, Hopsi, den machen wir trotzdem weg So wie, klatschen wir So wie gestern Teef, du hast mich aus Versehen geschlagen Äh, loben sie euch, der Junge Äh, loben sie euch, der Junge Ich hoffe, der ist fast tot Deine Mutter ist bei den Gobos Ey Jack, Junge Jetzt sag mal hier, du Jack, ich töte dich jetzt Ich hasse die Mutter, wird sie ehrlich Ach, tust du das? Ja Ich hasse dich auch Jack schaut extra 3 Okay Triff Okay Also, so wie ich das was dann habe, oder? Erstes Sclevengerleben wieder Auf was stehe ich? Du stehst auf Reife, Mütter Auf nichts Auf alten Schiffen lernt man Segeln, mein Junge Ja Genauso sieht es nämlich aus Ähm Stajarke Gib mal Stajarke her Der Jack reitet gerne Oh, ich auch Oh, macht Spaß Tschung, ich sah das dumm aus Ich will jetzt nur, manchmal ist der Sattel nicht groß genug Oder Ein richtiger Seemann sticht auch ins Rote Meer Piratenwitze Nein Schon mal den einäugigen Piraten durchgezogen? Ne, den Angry Pirate durchgezogen? Ich krieg dich doch Angry Pirate? Mach's da rum Was für Anfänger hier in diesem Chat Ja, Entschuldigung, Mensch Dass ich nicht so weltgebildet bin Ist alles so traurig Ja Der reinste Trauer zu Ich würde ja in die Schule gehen, aber die sind zu Ja, das finde ich auch gut Ja, wegen dir, ne? Ja, vor allem wegen dir Wegen mir sind weltweite Schulen zu, genau Jack, alles denn wegen dir, ey Richtiger Keck Mann, Jack, was soll denn die Scheiße Jack hat die Scheiße aus China hergebracht Vor allen Dingen, was hab ich jetzt wieder zu suchen? Ne, alles ist nicht wegen Corona zu, sondern weil Jacks Streams so scheiße waren, dass die Welt sie nicht ertragen konnte Ja Und deswegen wurde Corona los entwickelt, damit man Jack ausrotten kann Achso Irgendwann erwischt es dich, Jack Irgendwann Heute will Jack den Arno Dübel rasieren Oh, 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 da bin ich dabei Jack, wenn du das schaffst, dann spende ich dir 100 Euro Also Du hast 200 Euro Du hast 200 Euro Flugaffine Ach, scheiße Dat ist in der emotik Ah, das schlägt dreimal so schnell Das schlägt dreimal so schnell Aber da spiel er im Teamfighter nicht mehr Jaaa doch ich hab ihn zumindest weg gemacht ja doch ja doch ab und zu aber wenn es dann tun war das war dann ja das ist meistens so weil das zwei nahkämpfer und von uns ein nahkämpfer ein fernkämpfer war das war dann halt nicht so geil aber das ist ja heute denke ich mal anders wie gesagt noch liegen wir mit vier spielern hinten also grauenhaft er ist ja prämie warum wir als den trägen banditen das stimmte belops ist ja auch da ich grüße den belops dankeschön das möchte erst jetzt ein bisschen vorhin schon gemerkt aber das wurde da und dazwischen gequatscht vom eisfeil genau ich bin anga und ich habe gerade eben gesagt dass corona virus erschaffen wurde und jack auszurotten also falls das wissen möchtest das war ich wusste doch dass hier natürliche zu suchen ist ja ich gebe das gerne zu ist kein problem aber jack lebt doch noch ja noch matrosenkleidung kommen her mit dem scheiß du hast erst jetzt die matrosenkleidung entschuldigung wenn alle ficher dort sind ich bin zehn minuten später reingejoint ich habe die auch schon vor dir gehabt ich hätte ich nicht immer freundlich sind aber sehr schöner kommt der penetratteuer um mann der ehre und die ihn bei euch ne vertreten ja als er die angeschubst auf der ist ich werde mit lauer ist eine billige schlampe also du bist die billige schlampe ich danke um mit der Trader ist da da war es wirklich eine ich habe ich habe doch gesagt hetzerin das ding ist die lava die geht immer so ich sag mal nuttig durch die straßen und dann denkt sie sie werkt geil obwohl sie eigentlich nur blade ist wieso bist du neidisch das ist auf jeden fall ich habe einen viel cooleren gang auf lager hau raus okay dafür müsste ich euch eine videoaufnahme schicken ich bin eben nicht umgehen gesehen habt ihr werdet ausrasten diese der pants oder was die klar bleib mich vor mit mal das ist nicht gut moment ich will nicht level 3 sein ich hab schon es ist mega ungeil ich will auch nicht lacht da höre ich doch was ich immer von den badeten schon level 3 nur schreck 4 schreck das ist ja schrecklich benkelklopfer manchmal das sind zwei junge matrosen die mich auf meiner reise begleiten wollen auf geht's leute schwarzer koppel bitte lass mal deine anwandlung mal bitte bei dir jack ist homophob wir müssen ihn abschieben jack wir sprechen uns noch naja ist ein narzisst die schule und auch nicht jeder nicht das war das denn wurde jack hat sich gerade eine sau angehört die geschlachtet wird was wohl noch nie eine sau gehört die geschlachtet wird na gut ich bin ja kein bauer das spricht schon mal für mich hast du jetzt gerade was gegen bauern gesagt weil das richtige ja da schaffen wir das gegen war eine nie vor auf geht es hat mir das kiel ist gegner was soll ich denn für ein killstreak 28 ich habe dran 30 ich habe ab wir müssen nur mal angewöhnt weil trinke zu kaufen am anfang alter lief hat mir alles geklaut was mir lieb und teuer war ja umso besser vielleicht hast du es verdient mal überlegen ich verdiene nur als verkannte juli das besteht aus eis und pfeil und dem leer zeichen aber das ist wahrscheinlich nie jemandem aufgefallen denn heute noch jack leiden ist man an der kinderseuche nein nein jack hat mahsen nein nein jack was für eine vorerkrankung hast du das ist das will ich nicht sagen muss ich das ding unter alterspistorik um setzen aber ist noch entmonten monetarisiert oh ja man konnte kein cash nein 2 30er killstreak abstehen du bist weg das war zu goblin denn ich haben natürlich schwarze schief du kameraden so zwar meiner ja 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 ich bin als erstes gesehen wo war eigentlich die entscheidung ob die leporte an oder aus könnten es auch alles dort die kann man so herzlos sein in begleitung mit einem anderen dämpen ich musste weg der ist ein fresh tor wo ist fresh tor bei uns im spiel oder die blöden schweine verfolgen der fresh nachts man ich habe so viel luft auf lager sogar mehr als klopapier aber das glaubst du bestimmt nicht die habe ich sowieso noch nie in wort geglaubt jetzt wenn du mir erzählst dass regnen nass ist glaube ich dir das nicht was willst du da mit klopapier zahlen wer denkt auch mal ans scheißen dann musst du deine trockene kacke eben mit dem finger vom arsch spulen nö ich nehme einfach den stream und ich schaue hahaha sein streep nimm doch deine billigen videos die sind nicht billig so äh ah lernen ich kann lernen also ich habe nicht mitgekriegt dass man lieber einen discounter kriegt tja hast du was verpasst billig 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 wieviel habe ich hier wieviel kröten habe ich jetzt eigentlich das war ein brunststrahl das war das war die erlösung jack magst du merkel aber natürlich mit dem was sie jetzt im momentan sagt da hat sie gar nicht so ein recht jack hat eine neue frau gefunden dr angela dorothea merkel ja schön dass er den gesamten namen ausweist was er nicht weiß dann fragt man sich wer sie macht ach den jack den weißt du ob jack geworgen ist weißt du wenigstens in welchem fach sie einen doktor titel hat oder in welchem themenbereich ja guck mal da ist jemand zur schule gegangen wer hat eigentlich die physik erfunden das universum mhm war es nicht jack ja ich war da jetzt tschuldigung ich dachte jack hat nur seinen leuchtdruck gebaut wenn jack die physik erfunden hätte dann wäre die physik im echten leben genauso schwer ja ich habe eine strategie entwickelt Prämium. SSSSSSSSSSSSSSS Ja richtig. Das ist gut. Aber von dem Office. Den Homo hat den Server verlassen. Oder Kuhn E, Kuhn E, Kuhn E, Kuhn E. Wer bin ich eigentlich? Alter ich bin da schon 3. Oh mein Gott. Der Beelops hat sich komplett gestummt. Da kann sich das Gequake vom Eisfall nicht mal länger anhören. Ha. Tja. Muss ja nicht Eisfall sein. Richtig. Vielleicht bist du es. Vielleicht auch das schief. Vielleicht doch Ersell. Scheiße. Nichts wie weg. Echt zwei Zigeuner? Wo? Nein. Hier. Hier. Die Tiere von den Zigeunern. Hä? Ja die hier großen da. Umstrand die Dinger. Löcher. Das sind doch keine Zigeuner. Du kannst doch keinen Löcher töten. Hä? Ich kann einen Löcher töten. Ich kann aber nicht zwei Löcher töten. Wenn ich eingelutscht bin und mir dann ein zweiter in den Rücken fällt. Jack. Bei dir heißt es. Bleib stehen du Lump. Oh. Jack ist so ein Feigling hat aufgehört Nordwind zu streamen. Weil sie ihn eingeschüchtert haben. Gell? Wenn die das nicht wollen, dann wollen die das nicht. Dass er gestreamt wird. Dann kann ich auch nichts machen. Doch. Du kannst ihn dann aufs Maul hauen. Sehr sicher. Dann habe ich dir vollst du noch vor. Jack war damals FDJ mit. Ich glaube Jack war damals noch von der Hitlerjugend dabei. Bei der HJ. Dass ihr Jungpfeifen immer von Hitler erzählen wollte. Ehrlich. Richtig. Ja, das war ein richtig hittes Thema damals. Ja, jetzt hat sich jemand meinen angelutschten Locker geholt. Ja, wer war denn das? Ich. Wer bist denn du? Achso. Ja, okay. Na warte, komm her. Ja, komm ran. Was ist jetzt eigentlich unsere Chance? Ja, mein Knüppel quer in den Arschung. Bis wir auch Haltrenke holen. Haltrenke. Ich hole meinen eigenen Timo-Kameraden. Ich hole meinen eigenen Timo-Kameraden. Das sind Bösewichte. Bösewicht. Dreckige Barditen. Das Böse. Dreckiges Lumpenbock. Wieso ist denn jetzt bei den Barditen? Der soll zu uns kommen. Wir brauchen noch... zwei Leute. Er will halt gewinnen, weißt du? Wir brauchen noch einen Timo-Kameraden, ich sag's ja. Lebt ja endlich mal wieder was, was ich hier abschlachten kann. Das ist doch so ein Kotzen. Yo, Eisfall läuft bei dir. Ja. Take money in the bank. I got the horses in the bank. Oh, fuck. Das darf ich gar nicht, sonst wird Jack's a video on the screen. Klar, von dem herzerreichenden Gesang, den du da hast. Jack's Senority. Was? Gesang? Oh, ich hab kein Gesang gehört. Hast du was verpasst, Kollege? Tja, Kollege. Kapiert? Kollege, Schnürschuhen. Oh, ist das so viel angenehmer. Ich hab den Kran 70. Krass. Den Krator. Ist ja schnie hustet. Herzhaft. Kapiert. Kapiert? Was denn? Kann ich nicht fühlen, wenn du so langsam bist. Ja, wenn das viel zu dir rennt, dass wir lieber von dir abgeschlachtet werden, oder was? Ja. Ich hab ihn gestern rasiert. Ich hab ihn gestern rasiert. Was, du hast dich rasiert? Was? Kommt mal vor. Ey, Steve. Was? Ein Mann muss Steve sich rasieren. Ja, freu mich auch. Was redest du, Jack, für den Müll? Hast du dich grad aber irgendwas von rasiert gesagt? Wir haben gestern rasiert. Ja, du hast dich gestern rasiert, hast du gesagt. Ja, doch. Im GDM. Es gibt ein neues Feature? Ja, es ist fast ein neues Feature. Man kann sich jetzt rasieren, ey. Ist ja krass. Ach so geil. Endlich kann man die Hygienevorschriften einhalten. Hier fährt doch der Desinfektionsmittel, Pirat. Ist ja gar nicht steril, das Spiel, ey. Jetzt fängt er auch an zu reimen. Boah, alles tot. Wir müssen anfangen zu reimen. Boah, alles tot. Oh, der hat mir jetzt die voller Nase weggeklaut. Schief. Nee. Was? Was willst du? Ich dachte, der sah genau so aus wie du. Was ist das Snoke? Boah. Reefes. Reefes, das ist doch 15, oder? Wir gründen aber jetzt eigentlich so wenig. Der musste mehr Kalkwappen zeugen. Du bist auch schon so eine Kalkwappe. Nee. Ich bin eigentlich richtig Premium. Premium Kalkwappe. Nee. Ich bin eigentlich richtig Premium. Premium Kalkwappe. Nee. Ich bin ein Premium Mensch. Ich weiß, das bin ich. Jetzt würde er sich die Goblins holen. Ja. Muss ja mal. Weil irgendeiner ist schon vor uns. Irgendeiner ist schon vor uns herlang gelaufen. Ich gehe jetzt zur Mitte, tu, so als hätte ich nur diese billige Rüstung an. Und wenn sie mir zu nahe kommen, dann ziehe ich mich richtig heftig um. Dann zieht er sich richtig heftig um, sagt er. Ja. Wenn ich schon Warane klatschen. Mhm. Ja. Ja. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch. Ich hätte mich heilen sollen. Alles. Gleich ready für Troll. Oh. Yeah. Die Warane pimpern wieder. Hier hole ich mich auch. Du, 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 du. Wollen wir mal so viel Ruhe hier? Die müssen sich alle konzentrieren. Ja. Du kannst ja nur eine Story erzählen. Dann ist nicht mehr so viel Ruhe. Ah, nee. Ich muss viel konzentrieren. Ah, klar. Damals. Na DDR. Gab's doch ne Mauer. Hat denn jetzt Hitlerjugend oder DDR? Entscheide dich mal noch nicht. Ja, Junge. Ja, ich wollte ja DDR. Ja. Oh, er macht nur Blasen in seinem Kakao. Schief. Was? Brauch nix. Lass mal Troll. Was hier los? Was ist eigentlich los? Oh. Oh. Und los geht's. Ice Fire hat auf Small bekommen. Ice Fire, wo bist du verreckt? Wasser magier, glaube ich. So. Was ist da los? Äh, das habe ich wieder einfach so nach unten gefördert. Nice. Warte mal. Boah, ich habe 41er Killstreak. So. Gebe ich den jetzt auf. Na komm. Ich kriege einen. Nein. Egal. Ja. Ja. So ist es gut. Schreck 3 hat den Sauber betreten. Ja. Gell. Noch ein Mandit. Wuhu. 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 Das ist ja richtig schlimm mit diesen Wandeln. Wuhu. Wuhu. Askelelein. Dammit. Fuck. Hin da Leute, hin da. Ich habe so schnell F1 gerückt. was ist passiert in der kinder hat jemand lust auf kinder schokolade in der schokolade entweder in der also drin oder in der von indien rinder überraschung ich habe zwar ein banditen getötet aber meine ganze killstück ist jetzt weg das jetzt belasten ich bin schon wieder auf der suche nach opfern aber jetzt wieder alles dort ich wette es war wieder der hoppsi wieder zu viel rum was ist los mit mir du hast du viel rum ist echt ja habe ich so angewandt von mir ist es bestimmt so in so eine marke von und er ist weg liegen wir noch vier spieler hinten alter leute wir müssen den tollen machen da steht auch noch dübel vor mir und wie weit ist er welche rüstung wir schreiben sie einfach blau die gardisten rüstung die blaue gardisten die schwere blaue gardisten rüstung also die ich habe nie fuga dabei geholfen die zu töten aber auch die beste jetzt ausgeladen roll nach scheiße wo ist der golem rockte rum ja kann man machen er ist ja ich weiß schon es ist ja einmal ein kurzer blick auf die karte kurzer blick auf die karte wir haben eine karte wir haben eine karte auch meine zweihand waffe was willst du damit dir den hintern rasieren nene das macht er nicht der ist mein team kommt mir doch schon wieder einer entgegen der mir gerade alle fücher geklaut hat ja wie soll man so hier anständig level 1200 noch ja gar nicht hast du deine antwort hatte ich irgendjemand nach deiner meinung gefragt nö ich brauche keine frage er teilt sie einfach gerne jack du hast keine redefreiheit richtig vor allem hast du sehr wohl gefragt nur nicht explizit nicht ich habe dir mal geholfen warum du bist er hat niemand den roten stein noch irgendwelche viecher leben wer ist denn der depp da vorne schnell zum golem ja wir sind schon weiter schluss depp mach ihn wer wirst du denn eispfeil wo kommst du denn her äh aus dem piratenlager zack bau von wo kommst du denn her aus schlumpfhausen bitte was für ein kick die partei hat immer recht das ist der fokus allerdings oder der haut mich der beißt mich komm schon jawohl ja momenten oh gott sei dank der ist runtergefallen meiner ernsthaft weckt mich roten fokus stein fallen gelassen was haben wir denn hier mein graber grün mitnehmen ich bin die krabler oh mein gott was weißt du denn schon über mein crawler ich weiß dass die dort sind ok jemand hat sich hier schon durchrasiert das ist doch schon mal nett ach geil ach geil ne krieger um gottes willen ich bin so angelutscht ich sterbe daran fuck ach kacke ach kacke um mit einmal schaden bau nein 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 jedesmal hoffen fall ich um bevor ich den letzten schlag kriege das wird sich komisch an oh mein gott oh mein gott alle nur am stöhnen alle nur am stöhnen daran muss man sich gewinnen oh ja endlich habe ich mein großes buttermesser hier habt keine polzen mehr da kann nicht jeder mitnehmen ja alter nifu dann kommt zurück ja gut so ja ist der toll schon tot er wird grad perfekt ja der troll ist schon lange tot Askel hat ihn gemacht ne Askel ach fuck oh ich bin so dumm Helmut ist ein kameradenschwein mhm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm du wurdest geheilt du wurdest geheilt Helmut ist so ein kameradenschwein das glaubt ihr nicht das müssten die eigentlich hinbekommen das sind 2 und Aquahanga macht den eigentlich hoffentlich schnell genug nur diese zauberung will jemand schon da oben den skelett laut machen allein oder was der läuft ja grad durch den kenyon fack scheiße fack 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 verdienten kommen viele golem wir sind ja auch warum die laufschläge nicht ja sorry leute du hast uns alle enttäuscht fack was ist alle enttäuscht geh und lass dich löschen schau ist sie ja jawoll was bin ich denn sieben ja scheiße ah die haben den golem wahrscheinlich dann auch ne ne die haben keinen schützen glaube ich dabei die dann kein schützen hast du dort los der 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 schatten dort hier ist unfassbar weit draußen könnten ihn richtig kurz easy holen aber wir haben glaube ich gar kein bogen schützen oder jeder ist kein schütze sie gehören am lager auch nicht so was interessant ist alter verdammt kommt mal kurz schatten dort leute dann irgendeinen fernkämpfer bitte der steht einfach schon hier draußen haben am teich heilung ich pull ihn noch bis ins scheiß lager zurück sage ich euch leute kommt bitte schatten dort der steht draußen schon rum alter das scheint jemandem richtig zu schmecken oh mein gott oh mein gott ein zyron ist ein kameradenschwein jetzt kommt er raus fuck ah wo bist du verreckt ja um schatten dort nein direkt an banditen schatten dort aber warum hat der penetrator ihn so schnell angeschossen der hat sich rausgepackt wo sind die schatten dort alter du siehst auf der fucking karte wo der kack schatten dort rumläuft nein die piraten äh banditen wieso ist hier schon wieder alles tot gut oh da ist ja der schatten dort ja hast du auch schon gefunden und kein schütze weit und breit ja wir sind gerade auf dem weg wir sind oben am see vom fokus teleport platz grün wieviel power hat er noch den schaffst du nicht geh weg ich weiß es ihr nicht schaffe ja der ist noch ziemlich full life also toll hast du dich angelockt ich bin extra weggegangen aber der ist sowieso ja dann auch zu uns dann auch dann auch zurück richtung lagern und versucht ihn irgendwie verstecken der penetrator und ich sind schon am weg der penetrator hat sogen nämlich ich will mal hier ein paar orcs holen und ich muss ja auch noch leveln da kannst du deine kapri zone vielleicht leiser schlürfen hey das heißt dieser kapri zone ja was für ein frevel richtig so jetzt mach ich bin ich da wenn der nicht schon lange weg ist ich wollte mich auch grad erst immer noch lebt der kohle dämon das ist doch so in einem so ein drive-by-geschichte ich bin jetzt voll ja auch jetzt hau diesen scheiß das salz er geht zu den banditen das waren wir so viel man sich wieder aufpassen dass man sich hier nicht gegenseitig behakt oh mann okay was ist los mit dir Nifu Nifu Rollerhöhle die ist auch schon iller geräumt worden na klar ist so ein bisschen frustriert oder sowieso NEEIN doch Hilfe ich werde von einem Sumpfmonster verfolgt scheißraten haut ab Sumpfmonster also Shrek NEEIN Sumpfgolem jetzt würde ich mir erstmal die fette dicke rüstung dicke fette dicke fette ja hey was geht ab eh wo geh ich mal hin zum goalる n ist schon tot ja ich weiß es geht auch nach hause er wohnt es Helden ja juli ist der Hund im Sumpf und wir gehen jetzt trotzdem patrouillieren wir müssen uns trotzdem sammeln aller es bringt nichts wenn er zu zweit oder zu dritt rumlauft ja gut wo sagen wir uns Sammeln wir uns bei der Kurve 50 ja schau mal rein ein Händer die zwei Händer Babos rasieren heute ich darf schon okay wir können los auf jetzt Alter ohne Fernkämpfer wollen wir nicht auf den Jack warten das ist doch wichtig ich bin noch nicht voll gelevelt soviel dazu wo läuft ein Koanga rum den bräuchten wir ja dann um den Hund zu holen ist denn nur nahkampfer unterwegs machen wir ihnen einfach das leveln schwer ich lass mal vor heiltränke wieder kaufen hier aber die noch nicht darüber gelaufen sind das sieht ja auch als irgendjemand noch nicht richtig max level ich bin komplett ich auch schon lange auch schon auch schon 10 ich häng noch auf 9 ich hab ne Idee wir verstecken uns und locken einen Lockvogel nach vorne Jack komm her wer ist denn gerade Wasser am Radian ihr habt doch Eisfail ja gut dann spiel ich den Lockvogel versteckt euch tief spielt das Bug grad oh nein okay Händer 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 was macht Askyl da fix me nie hat man seine Ruhe hier beim leveln ich glaub der tut echt cheaten irgendwie item duplizierung ja denn guck mal der macht die ganze Zeit fix me weil er irgendwo festge- naaah fuck egal wir killen wir räuchern die aus im Tempel ey die dürfen wir müssen in den Weg ähm hier abschneiden abschneiden richtig haa ich hab ihn ich hab ihn meine Razor mach auf die sind da jetzt drin als würden die da noch drin hocken sind die da noch drin hab ihn scheiße ich sehe nichts ich sehe zum Glück alles wo seid ihr jetzt raus aus dem Tempel raus aus dem Tempel okay die haben jetzt alle fucking das sich erholt nächste Runde werden wir sie holen ich mag den Optimismus ich mag Jack was geht ab Leute komm zurück ey da kommt jeder wieder voll Enthusiasmus ey okay okay belage mich bleib stehen bleib stehen hmmm ja wen haben wir denn da nicht so wir sind ja auch schon mal immer stärker das ist doch Mist ja der dreht nach rechts kriegst du den perfekt da sind drei der verfickte schütze ey ey da ist da ist so eine Null ne jetzt wir müssen abhauen ne die kriegen nicht Alter wir haben halt aber keinen Schützen guck mal sinds viel zu viele ja komm die packen schon der eine rennt uns hinterher ah ich bin stecken ey lockt sie lockt sie lockt sie na toll jetzt verfolgen die uns ja nicht verscheuchen lassen du musst sie locken lassen du musst sie locken lassen irgendeiner wird immer cocky noch sein Arno Dübel zum Beispiel das ist das die komplette Mannschaft ok dann weg hier weg hier und Askel ja oa ich bin tot Askel hat nen Hitte aber Askel hat nen Hitte alter scheiße der kommt nicht mehr weg dreht um und versucht wenigstens 2-3 noch zu töten ei 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 nein oh beruhig dich mal ich ich du kannst nicht vorstellen was ich grad für nen Schreck erlebt hab können wir schon mal Golem campen äh Paul campen also sind die noch hinter uns ja sind sie ey das ganze Team als würden die nicht mehr hinter euch her laufen die so ach die laufen uns irgendwann zu weit wir lassen das wir wollen ja sowieso nicht in die Richtung Mifu wo hätt nen noch einer da sind noch 2 lol welch ein Kunstschachter gewesen ein Spawner Troll wieder hat das jemand im Blick gehabt ey die Piratenbande weg hier jawoll jawoll rennt weg ihr Narren was da mit äh mit den Jungs die grad da im Canyon rum chillen soll mal langsam ran kommen ich versuche jetzt auch so lange Arzt zu formen ja wenn ich einmal hier bin bis ich verreckt bin und dann gehe ich und mach mich voll 1,2,3,4,5,6 expandiert laufen uns hinterher oder? wir bräuchten noch ein Spiel an unserem Team dann wärs einigermaßen ausgeglichen so alter wenn ihr weiterlauft dann kommen wir irgendwann zu euch echt das ist ja Premium ey da gibts ein Gemetzel ui ich bin gleich dort ja ich weiß nicht ob das ihm noch ausreicht aber wir können es versuchen ach du kacke das sind ein paar und natürlich wie sie ich den scheiß scavenger an nein die machen Türkenkreis mit mir machen die? Türkenkreis ach ah ei eia ei ei eia ei ei eia ei alter ne man ich sehe den Wolf manufacturing eh genau Agni Alter, Leute, wir müssen echt mal, wir sind unsere fucking Fernkämpfer. Haben wir überhaupt welche? Ja. Hunger? Müssen wir uns mal sammeln. Einer von uns läuft irgendwo im Canyon rum, der andere ist schon im Sumpf. Das bin ich, ich bin gleich tot. Ja, Digi, wie lange brauchst du denn noch? So, jetzt bin ich erstmal zu Hause. Okay, jetzt lande ich mich hoch und dann kann ich losgehen. Ja, sehr schön, wir stehen ja vom Prinzip vor der Haustür. Da sind sie. Schieß. Einhand. Einhand, Meierstand. Ach du Scheiße. Seht euch diese Zigeuner an. Oh, fuck. Oh nein, was? So, kann losgehen. Ach, der ist ja nicht bei mir. Kann doch nichts anderes, ne? Tief hat's Fressstock getötet. Hab einen. Ja, Leute, jetzt rein da, rein da. Jetzt müssen wir sie zersprengen. Jetzt müssen sie ficken. Fuck! Sie sind zu cocky. Ach, jetzt gegambankt werde ich hier. Jawohl, du feige Ratte. Wenn du das hier siehst, dann brauchst du die Hinden ja nichts drauf einbilden. Nein! Okay, wie steht so mehrere Mannschaft? Ja, natürlich, der Shrek 2 ist es mal wieder, der sich zu schade ist, für seine Kandee zu sterben. So, hier, wenn dir gerade alle vorhauen, sehe ich das richtig? Reden nicht mehr mit mir. Sind die überhaupt alle hin? Los, los, rein, weiter, weiter, rein. Ja, wir sind... Gelb ist nicht, aber wo? Hockt der rum? Da unten, okay. Okay. Das ist immer so ein Hin- und Hergelaufen, ne? Wo rennt ihr jetzt überhaupt hin? Wir verfolgen wir ihn. Ja, wir jagen gerade paar Zigeuner. Ich meine, ich sehe euch ja auf der Karte, aber ich weiß mal so, was das Ziel ist. Na, die jetzt erstmal zurückdrücken. Mhm. Haben wir irgendeinen mit Speed oder sowas? Ne, haben wir noch nicht, ne? Gleich mal zusammenlegen für jemanden. Ansonsten dann auch schon mal Richtung Kontrolle orientieren. Ich... Das sind sie ja. Ja, renn so schnell du kannst. Er lockt jetzt wieder eine Falle, oder? Kann das sein? Sollten nicht alle da rennen. Das ist jetzt raus. Eisfail. Ach, du Kacke. Alter, ich bin nur runtergefallen. Ah, schon wieder nach unten geschossen worden. Opsi, das war gerade ein bisschen weg. Als ob wir schon wieder nach Small gekommen haben. Oh. Ich glaube, ich habe nie wieder ihr Heiltrang gewonnen, so aufnallig. Eispfeil ist wieder da. Ja. Leuchtet schon wieder dauerhaft. Hm. Ha, unser eigenes Team flieht ja schon. Ja, gegen eine Übermacht. Ja, das ist ja kein Wunder, ey. Die haben ja auch ganze drei Leute mehr, ey. No, Nifu macht nichts dagegen. Ja, und vor allem Nizu, falls noch da ist. Ja, Nizu ist ja nicht so im Gewinnerteam. Ja, da macht er nichts. Ja, aber die empfangen wir jetzt. Bis wann geht eigentlich der Counter? 100. Drück mal die Taste 3 auf den Nummernblock. Oh. Premium. Premium. Schief. Schuss, weg. Nichts wie weg. Nee, wir haben Verstärkung. Ach, nö. Was, Verstärkung? Ja, wie weiß. Ich glaube, wir sind nur noch zu wenige. Rennt um euer wertloses Leben. Ja, wir haben viel zu viele Narkämpfer, oder? Wie immer. Ach du Scheiße, was für eine Übermacht. Eben, wir brauchen noch Spieler. Sind wir hier alle jetzt am Laufen, da hinten? Sind wir das alle? Ja, wir sind alle am Laufen. Warum bin ich ganz hinten? Wir müssen uns einen Punkt suchen, wo wir rumdrehen und fighten, Leute. Wir können nicht immer noch nach vorne laufen. Die Situation ändert sich nicht. Wenn man einen Stuntbonus bekommt, dann haben wir diesen High Ground. Komm, wir halten ihn zu zweit. Schulter an Schulter. Wir waren gejagt von Gegenständen. Ach du Scheiße. Bleib stehen. Bleib hin, bleib hin. Jetzt komm, fight. Die sind zu zweit nur. Ja, da ist ein paar. Warte. Die sind zu dritt. Nee, die sind jetzt zu fünft. Spring. Nein. Scheiße, wurde sie mitgeholt. Er ist tot. Zwei sind hinter uns. Da kommt der Rest der Bande. Ach, verdammt Bitch. Ja, Leute, das wird heute nicht so weit. Scheiße. 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 Alarm. Der hat schon wieder einen Speedport, Alter. Alter, für wen nutzt er den überhaupt? Die gehen auch immer zu zweit auf einen. Natürlich. Oder zu dritt. Immer zu zweit oder zu dritt auf einen. Wie kann das sein, Alter? Die können doch nicht so viel mehr Männer hier rumstehen haben. Und was macht der Tutor hinten in den Paarkessel, bitteschön? Ich? Das bin ich, der runtergesprungen ist. Ach so. Ich muss ja irgendwie wieder nach oben. Aber ich werde mich wahrscheinlich empfangen. Ich glaube nicht. So wie es ausschaut, gucken wir uns alle uns an. Alter, wir brauchen mehr Spieler. Ich bäm jetzt nicht zu. John White? Ich habe es ja nicht schon immer für uns. Alter, ich... Oh nee, es sind ja 10 gegen 11. Immer. Immer zu dritt. Jetzt sind 10 gegen 11. John White ist jetzt drüben. Alter, auf der rechten Seite ist ja... Nein! Oh fuck, Arno hat's... Jack hat an den Dübel getrunken! Ach du Scheiße. Ich PM Arno. Ja, da wirst du höher auf den Felsen kriegen geworden. Ja, guck mal, wo man da ist! Ach fuck. Alter, Jack hat auch eine Dübel getrunken. Wollte nicht jemand 100 Euro geben? Chief? Ich geb mir doch nichts. Ja, stimmt. Du bist jetzt um 100 Euro. Er hätte ihn ja nur abgestaubt. Und nicht direkt. Ja, 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 ja. Du bist jetzt um 100 Klo-Rollen ärmer geworden. Klo-Rollen für 1 Euro? Das ist ein guter Kurs. Sag mal... Alter, und dann kommen die auch... Wie eine Wand laufen die nach vorne. Ey, ohne Witz. Ja, man wird das völlig abgelenkt von seinen eigenen hier. Und dieses... Diese automatischen Zielen, das nimmt immer meine Teamkameraden hier in den Sinns. Ist das normal? Ja, hier wieder... Wir können das nicht befreien von dieser Barrikade. Drehst die Knallhaut hier zu Snoke um. Oh, ach, du Kacke. Wie die Palme schwer bei mir voll im Gesicht, ey. Siron! Ja, heul'n um. Der hat's verdient. Wir brauchen einen Ballermann. Baller, baller. Oh, baby, baby, baller, baller. Alter. Wollen wir eigentlich einfach mal... einfach mal drauf rein und... wegfokussen versuchen? Ich renne nicht, bin ich es vor. Hinterher habe ich es wieder. Was sollen wir machen, Jungs? Wir sind gefickt. Ja, pushen. Pushen. Das andere ist... Also, wir sterben so oder so, Leute. Da können wir doch einfach mal versuchen, Just for Thunder mal richtig rein zu rushen. Stalin. Alle auf Askel oder auf Schreck 2 oder so. Keiner traut sich halt. Ja. Der Schütze ist weg. Keine Los. Auf sie! Jetzt hier rechts, 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 rechts. Rechts haben wir ein paar. Scheiße, nichts wie weg. Ich geh am Baum. Hilfe. Ja, renn so schnell du kannst. Eie. Leider, Leute. Verdammt. Was für flüssigungsfähiges. Brauch Hilfe. Er hat uns gegenseitig getötet oder wer hat mich jetzt umgehauen? Ich brauche Hilfe gegen Nietzsche. Scheiße, jetzt ist ein sinnloser Heiltrank. Woran bin ich jetzt gestorben? Woran bin ich jetzt umgefallen? Mal so laufen, dass es der Penetrator hier nicht abschießt. Ich meine, ich hab wirklich, wieso sie ihre Kräfte immer für Schreck 2 investieren. Ja, weil der am besten spielt. Diese blöge Fücher hier. Sie werden nur am besten, weil sie ihm ständig die ganzen Speedpots geben und die Ausrüstung. Ja, funktioniert ja anscheinend, oder? Ja, das können hier jeder sein. Warum muss ich ein Schreck 2? Ich hab ihn fast. Ich hab ihn. Und auf wem rennen wir jetzt eigentlich? Der gehört mir. Du dreckiger Hurensohn. Äh, so, ich hab ihn. Ach, endlich. Jetzt haben wir die ganzen... Endlich wurde der Eisfall mal selbstkritisch, das ist schön. Selbstkritisch? Du hast denjenigen doch gerade als Hurensohn bezeichnet. Ja, das ist aber mein Kampfschrei. So. Verstehst du? Nein. Bin dumm. Verstehst du? Verstehst du? Ja gut, das war schon mal deutlich besser als die Kämpfe der Vorwehr. Tust du euch vor Corona und bleib zu Hause. Ne, ich geh nach draußen. Ich hab mir eigentlich heute vorgenommen, nachts zu spazieren und Drogen zu dealen. Viel Erfolg. Jetzt weiß ich, wenn die Dealer, wenn die Dealer auch zuhause sind. Hm. Ne. Viel. Die sitzen eh schon oben. Jetzt wo? Ja, das ist sowieso. Ah, ja, mit einer Haare, die verdammten Trolle macht mich wahnsinnig. So, wo sind wir jetzt alle? Können wir uns hier mal wieder in einer Gruppe zusammen? Ja, wir treffen uns alle bei den Wassermagiern. Ja. Das wirkte schon wieder so, als wären die wieder alle sonst wo hier, die ganzen Leute. Ich glaube, die Karte ist noch weiter da dran. Wir müssen intim sein. Wir müssen intim sein. Sag's gerade du, ne? Das ist jetzt gerade du. Ich versuch hier immer mit dem Team zu spielen. Das suchen alle, aber irgendwie. Ja, das ist das Problem. Trotzdem rennen alle irgendwo. Beim letzten Mal hab ich versucht, mir ein Grüppchen hier zu suchen, wo ich mich einschließen kann. Da ran die Duppengrüppchen, Duppengrüppchen, Duppengrüppchen. Das waren anscheinend viele Gruppen. Aber es liegt an der, dass das Verlieren an der... Dabei soll man doch jetzt keine Gruppen bilden. Unfairness. Oh. Die Baditen, die kommen immer mit dem ganzen Haufen an. Wir werden hier in Gruppen mit 3x3 Männchen rum. Beziehungsweise beim letzten Mal auch so. Der ist jetzt von uns gegangen. Vor allem waren es noch 10, 11. Ich sehe schon, weil da Jack keinen Bock mehr auf das Match. Jack verlässt uns für immer wie Pianja. Jo, die stehen halt schon beim Troll oben. Just saying. Geil. Ja, was? Danke, dass du wieder eingeschalten hast. Geil, dass du wieder eingeschalten hast. Oh Gott, bitte nicht. Das bringt nichts. Wir müssen nämlich die Stufen. Die stehen doch garantiert wieder auf diesen Scheißbergen oben, wo keine Sau hinkommen. Er schießt mich. Bei dem Aski. Ei, 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 ei. Natürlich, die stehen wir da oben. Kommt darauf, habe ich kein Bock. Jack, jetzt hilf mir. Da kommt schon der nächste. Da ist einer. so leute es tut mir leid aber ich muss weg und tschüss wo kommt die denn her wir haben verloren dann helft mir da kommen die davon kommen die erstmal um die in ruhe davon ist der feind auf ein böse wie ich ich krieg dich noch das wird nissensfällig jetzt keine ahnung jawohl ja was oh Snoop Entschuldigung oh ich habe einen assist gekriegt komm wir lassen den ziehen ja hast du eh nicht hinterher oh Junge wieder da hallo wer bist denn du achso ja der Koranger der jetzt auf Nahkampf geht achso wie ja warum weil ich als Fankämpfer weißt du ich renne mit einer Gruppe Nahkämpfer mit da kommen mir 80 leute entgegen gesprintet was machen die Nahkämpfer sie rennen einfach komplett woanders hin die erfahrung musste ich auch schon machen das ist der grund warum ich jetzt keinen fernkopf werde zumindest nicht wenn das nicht ein komplett abgestimmtes team ist was ich zu hundert prozent auch könnt ihr auch einmal verspielen ihr blödmänner ehrlich ich bin grad im Duell hier mit dem Schreck 4 da kommt ein zweiter angehüpft ja packt euch endlich eure Eier in die Hose und kämpft vernünftig Mensch können sie nicht und dann feiern die sich auch noch dafür ey was ist der Witz daran warte wer ist schief Nifu bist du das ne ist Nifu da du Schiffsachst Trank Eri alles her damit Junge alte Captains Kleidung nehme ich auch mit ich will mir nix mehr kaufen so Niof 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 fuck Niof 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 das ist das neue Meme es ist nicht mehr Niof sondern Niof Physif hat es jetzt schon zum dritten mal der Brenner Ja, der kann dann immer nicht aufhören. Gell, Jack, du Arschloch. Geh doch und flank deine Muttermensche. Uuuuh. Das darf ich nicht sagen. Richtig, böser Jack. Ja, benimm dich mal. Das darfst du nicht sagen. Du wüsstest, was ich alles sagen darf. Hast du aber nicht. Also, ich weiß ja nicht. Die haben drei Leute mehr. Schon wieder. Extra fair. Jetzt sind es sogar vier. Oh, scheiße. Jetzt ist es halt nicht möglich, gegen vier Leute mehr zu kämpfen. Nee. Ich schreibe mit so. Ja, und wenn die Admits das nicht hinkriegen, zu balancen, dann bin ich auch einfach raus. Das macht halt keinen Spaß, sondern scheiße. Hm, wieder einer weniger. Na, klasse. Ja, es ist halt jedes Mal dasselbe. Man sagt den Admits, es ist nicht balanced. Schiebt die Leute rüber. Ja, und was kommt als Antwort? Nee, die haben alle keine Lust. Jetzt auch kämpfen uns für die Piraten. Na, wenigstens einer. Gut, es sind nur noch drei, die sie mehr haben. Das wird. Da kommen sie. Weg hier. Obwohl, wir können die schaffen. Oh, weil wir hast du eigentlich eigentlich erst hin, wenn wir dann wieder weglaufen. Warum verlieren wir immer? Irgendjemanden haben wir vergessen, dort unten. Der ist scheiße. Der ist leidtot. Hey, oh. Hallo. Woher kommt der Goblin? Irgendjemand hat den Anschluss verpasst, der wo da ist. Eisfail. Äh, das ist wie ein Eisfail. Scheiße. Nichts wie weg. Och, nö. Schon wieder Speed. Jetzt haben wir gar keinen Schützen mehr. Ja. Weil der einfach unspielbar ist als Schütze. Frag mich warum, ey. Die ganzen Leute jetzt bei euch geläften, ey. Nein. Aber warum wohl? Hilft aber keinem. Hilft aber keinem. Ja, es hilft ja auch keinem, wenn man die Leute anschreibt und es werden zwei rübergemuffen. Es sind immer noch vier mehr. Das ist das Problem. Ja, weil wenn da die ganze Zeit Leute bei euch gehen, ist es ja auch kein Wunder. Ja, wir können sie leider nicht anbinden. Ja, komm mit deinem Speed-Trunk. Feier dich. Ich hab' Angst, dass ich jetzt was tü- Oh, leid. Platz zwei, Jungs. Ey, wer hat meine Videos? Fick dich doch. Verdammtes Schwein, ey. Aber sowas von ihm. Oh, ein blödes Aufloch. Hä? Was denn da passiert? Du, Els, 10.000 Arts von Fresh Talk. Danke. Danke. Ai, 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 ai. Das ist ganz schön hart. Was macht's das? Warum muss ich jetzt... Ja, wieder zu zweit hier, Korden. Ja, komm. Weg, weg. Weg, weg. Hör dich, es schlürft. Deine Mutter wird geschlürft. Ich schlürf dich gleich mal. Ja, so ein Frühstück, Junge. Woran willst du das laufen? Ehre, ehre. Geht es da nach KTK weiter? Hoffentlich. Ich hab jetzt auch einen Speed-Rang. Ist das nicht schön? Jo. Brich dir halt nicht, weil ich alleine rein drehe. Zehn gehen acht. Einer müsste noch rüberkommen. Das wär's, ja. Ja. Alter, da will ich ja die abgeschossen. Kann man den Score nicht auf 50 Sets, äh, 60 Sets? Was ihr macht, ist mir weinen. Was kann den Batman jetzt dafür? Jetzt rennen die alle zum Troll. Ja. Das ist schön. Da ist Aski, Junge. Den hol ich mir aber sowas von. Ich bin mal nur ein bisschen schneller aufgehend als sie. Jetzt bin ich salzig, Alter. Jee. Oh Mann, hat nicht geklappt. Ja, guck, die Haare aufgepasst. Ach. Ach. Erbel hat die Score auf 75 gesetzt. Jungs, warum bin ich ja noch einmal jetzt hier hinter denen? Was soll die Scheiße? Wer war denn diese Atem? War das denn nicht so? Ach. Ist der Ork-Schlecht da eigentlich inzwischen gefixt? Nee. Dafür braucht es doch ein Mod-Update. Toll, noch einer weniger. Wieso, setzen wir wieder raus? Ja, nie. Machen wir dem Ganzen ein Ende. Perfekt. Attacke. Hahahaha. Hahahaha. Nur. Eine lange Runde habe ich gemacht. Und Arno killt mich nochmal stark. Jaja. War ne. So. Dann machen wir hier erstmal, gehen wir erstmal raus hier. Tja, haben wir wieder mal gesehen. Hm? Ähm. Tja. Wenn der Gegner in der Überzahl ist, wenn alle ins selbe Team rennen. Wo haben die stärkeren Spieler, alle ins selbe Team rennen und die ja auch noch in der Unterzahl sind, was soll man da machen? So. Feiert. Äh. Feiert euch doch. Ähm. Ehrenlos, sag ich da nur. So. Ja. Wer sich wieder davon hat, äh, darüber, äh, denkt natürlich, die Bandität natürlich gewundert, natürlich. Wir freuen sich natürlich drüber. Wir lachen jetzt über die Piraten, aber. Wie gesagt, denkt mal drüber nach. War das ein faires PvP? Nein. Vor allem, wenn man versucht, einen sich zu holen, dass man dann eher nicht einfach mal im Duell bleiben kann, sondern dass man dann, dass immer zwei oder drei noch mit angerannt kommen. Das Problem habe ich ja nicht nur alleine zu haben, die haben ja meine Kollegen gerade auch gehabt. So. Damit würde ich, äh, das Ding hier bänden. Damit. Dankeschön. Und ich würde sagen, Kill the King nehmen wir gleich hinterher auf. Fertig. So einfach. Damit danke fürs Zusehen. Guckt auch mal in, äh, die Let's Plays rein. Horizon Zero Dawn, Tomb Raider Anniversary und Risen 3. Damit danke schön fürs Zusehen. Und ciao.